Der als sehr streitsüchtig bekannte Bernhard von Losenstein, welcher ebenfalls auf Burg Losenstein aufgewachsen war, lieferte sich in den Jahren 1402 bis 1414 eine erbitterte Fehde mit dem berühmten mittelalterlichen Dichter Hugo von Montfort. Grund für die Fehde waren Besitztümer Montforts, die Bernhard von Losenstein aus sehr fadenscheinigen Gründen für sich beanspruchte. Neben der Tatsache, dass er in regelmäßigen Abständen die Besitzungen von Montfort plündern und verwüsten dies, schrieb er ihm auch zahlreiche, teils sehr beleidigende Briefe, was Hugo von Montfort schließlich veranlasste, auch den Herzog Ernst von Österreich in die Sache einzuschalten. Dieser zitierte daraufhin den Losensteiner mehrmals vergeblich nach Wien. Bernhard kümmerte sich allerdings nicht darum, sondern beschimpfte und bekämpfte Hugo weiterhin aufs Schändlichste. Bernhard musste sich zwar schlussendlich vor Gericht geschlagen geben. Bis zur Beilegung der Fehde im Jahr 1414 brachte Hugo von Montfort allerdings kein einziges Gedicht zustande. Untertitelung des ZDF für funk, 2017